Hallo und herzlich willkommen bei Myth of Empires. Ich bin der Typ mit dem Bart und heute beschreiten wir mal ganz neue Wege. Wie ihr sehen könnt, habe ich heute mal ein ganz anderes Spiel rausgesucht für euch. Myth of Empires, ich weiß nicht, es fällt mir ein bisschen schwer, gerade dieses TH rauszusprechen. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, aber da gibt es ja seit, ich glaube, zwei, drei Monaten ganz üble Kontroversen, was die Rechte angeht. Und zwar ist das Ganze auf Steam released worden. Ich glaube, letztes Jahr im Oktober, November rum müsste das gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, müsste ich nachgucken. Und ja, war, glaube ich, vier Wochen auf Steam erhältlich und ist dann auf einmal verschwunden und keiner wusste so ganz genau, wieso. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es irgendwelche Copyright-Vorwürfe gab vom Entwickler oder an den Entwickler Angela Games. Oder, nee, ich glaube, das ist der Vertrieb, die das Ganze machen. Und zwar ist da wohl der Quellcode irgendwie nicht so ganz valide gewesen dahinter. Da gab es irgendwie Stress mit den Entwicklern von ARK. Denn da wurde behauptet, ich will um Gottes Willen nichts Falsches sagen, aber es steht irgendwie der Vorwurf im Raum, dass Angela Games, die das Ganze hier vertreiben bzw. hergestellt haben, da die Engine kopiert hätte, die auch in ARK irgendwie am Laufen ist. Und ich kann es nicht beurteilen, es ist alles aktuell noch in der Schwebe. Da gibt es irgendwelche Verfahren, die auch noch nicht wirklich abgeschlossen sind, sodass dieses Spiel aktuell auch nicht auf Steam erhältlich ist. Ich würde es euch aber trotzdem nicht vorenthalten, möchte mit euch gerne mal einen Blick hineinwerfen. Denn vorausgesetzt, dieser Rechtsschreit wird irgendwann behoben sein. Dann wird das Spiel auch wieder auf Steam erhältlich sein und vielleicht habt ihr Interesse dran. Und so könnt ihr euch heute zumindest schon mal ein Bild machen. Ich weiß, es gibt bestimmt auch den einen oder anderen YouTuber, der auch schon ein Video darüber gemacht hat. Aber ich möchte mit euch heute einfach mal einen kurzen Blick reinwerfen. Und ihr könnt dann im Nachgang entscheiden, ob ich das weiterführen soll, ob ihr mehr davon sehen möchtet. Das müsst ihr mir natürlich in die Kommentare schreiben. Oder aber ob ihr sagt, na, so interessant ist es eigentlich nicht. Es ist eins von vielen, brauchst du nicht weitermachen, mach lieber was anderes. Gut, ich würde sagen, nach einem kurzen Intro starten wir auch direkt rein in den Charakter-Editor. Bis gleich! So, zuerst geht das Ganze los mit der Auswahl eines Spiel-Servers. Jetzt habe ich gerade schon einen Schritt weiter gemacht. Also man sieht hier auch, man kann auch Server erstellen. Ich weiß gar nicht, warum das zweimal drin ist. Auch das Spiel ist irgendwie noch in der Early-Access-Phase, beziehungsweise wird ständig verbessert. Lokalisierung ist hier auch so semi, sagen wir mal, ist nicht so prall. Gibt also noch vieles, was wirklich merkwürdig übersetzt ist. Okay, dann starten wir einfach mal den offiziellen Spiel-Server. Hier sieht man auch, es gibt einen. Keine Ahnung, ob da irgendwann nochmal mehr kommen. Aber diese Server sind auch nochmal unterteilt irgendwie in Cluster und ihr werdet es ja sehen. So, ich wähle den aus. Dann verbinde ich mich hier. Dann kommt ein kleiner Ladescreen. Also ich habe das Spiel im Vorfeld schon mal ausprobiert und habe das schon mal ein paar Stunden gespielt. Es ist nicht schlecht, sagen wir es mal so. Also es ist mal ein bisschen was anderes, aber ihr werdet es gleich sehen. So, Ladescreen rödelt und rödelt und rödelt. Und ist fertig gerödelt. So, hier sind wir im Charakter-Editor. Das Übliche, hier kannst du auswählen zwischen Körperbau und Gesicht. Dann kann man hier, glaube ich, noch gegen die Geschlechter auswählen. Richtig. Ihr habt da auch einen Schnellzugriff. Körperbau, Gesicht, irgendwelche Tattoos, Markierungen. Hier kann man sich sogar die Sprache irgendwie einstellen. Beziehungsweise die Stimme. Hört doch einfach mal zu. Äh, wo mache ich das nochmal? Achso, genau, da. Also wie ihr sehen könnt, habt ihr hier drei mögliche Stimmen zur Auswahl. Ist jetzt nur mal ein Beispiel, da kannst du auch noch in der Tonhöhe variieren. Bist du irgendwann hier wie, äh, Inspektor Hoffs bei Police Academy so eine ganz hohe Stimme haben kannst. Gut, äh, ich würde aber mal sagen, wir machen hier gar nicht großartig rum. Wir machen einfach mal zufällig, weil ich will mich nicht allzu lange damit aufhalten, weil hier kannst du wirklich in Schönheit sterben. Ja. So, zufällig, zufällig. Also ihr seht es ja selber hier, äh, in jeder Variation. So, auch die Vollschlanken sind berücksichtigt. Die Hagerin. Asiatische Typen, klar, ist ein, ist ein asiatisches Spiel. Also von daher, äh, ist das auch nicht wirklich verwunderlich. Gut, dem nehmen wir doch mal ein bisschen Speck runter von den Hüften, weil so breit bin ich jetzt auch nicht. Also ihr seht es ja selber, den könnt ihr richtig aufpumpen. Ihr guckt euch das mal an. So, und dann passiert mit den Muskeln gar nichts mehr. Wenn ich den jetzt aber komplett runtersetze und ziehe die Muskeln auf, also irgendwie passiert dir gar nichts. Ja, also man kann witzige Sachen machen hier. Äh, ich weiß nicht, inwiefern man hier die Muskeln sieht. Ja, doch, da sieht man einen Unterschied. Ja, aber wenn du hier die volle Speckladung draufpackst, dann ist da nicht mehr viel. Okay, ich würde sagen, wir nehmen hier so ein Möppelchen. Ja, das ist so, ja, ich würde es gar nicht weiter ausführen. Äh, Gesicht. Achso, jetzt habe ich es wieder verstellt. Ich bin ja auch doof, ne? Okay, also machen wir nochmal zufällig. Müssen wir wieder so ein Möppelpoppel haben. So, der sieht auch gut aus. Auch so ein Bärdische, ne? So, dann nehmen wir den Speck wieder von den Rippen. Guck mal, hier kannst du sogar noch Dreck einstellen. Das ist geil. Okay, wer es mal ganz schmutzig mag. So, dann ist das mal wieder unser Bärdische. Dann bestätigen wir den ganzen Krempel. Ja, der Name, Benutzernahme existiert bereits. Ja klar, weil ich den schon erstellt habe und habe den gelöscht. Aber der ist dann wahrscheinlich wohl auch nicht vom Server verschwunden. Dann machen wir einfach noch ein E dran. Und dann geht's. So, ist der Bärdische. Und dann wollen wir mal ins Spiel rein starten. So, auch hier wieder ein kleiner Ladescreen. So, und dann habt ihr hier quasi, das ist der Spiele-Server, den ihr habt. Und der ist hier in verschiedene Cluster unterteilt. So wie ich das sehe. Hier in Nordamerika, in Europa und in Asien. Da könnt ihr dann den ganzen Krempel aus- und abwählen. Hier würde ich einfach mal Asien und Nordamerika ausschließen. Und bleibe eigentlich in Europa. Und dann hast du hier auch noch verschiedene Zonen. Passt mal auf. Ihr habt da zum Beispiel die Zone Pai Shan. Das ist die weiß umrundete hier oder eingerahmte hier. Da könnt ihr es ja sehen. Da könnt ihr auch noch näher rein scrollen. Weiß ich gerade nicht, wie komme ich denn da hin? Kann ich das hier nicht ziehen? Achso, ja hier muss man... Das ist alles noch ein bisschen hakelig hier. Man muss hier an die Bildschirmränder stoßen, um nach links und nach rechts zu scrollen. Also wie gesagt, wir sind hier in Pai Shan. Und wenn man da ein bisschen näher rein scrollt, dann seht ihr auch, was hier eigentlich alles schon gebaut ist. Wo es irgendwelche Festungen gibt und und und. Aus der Erfahrung heraus kann ich euch nur sagen, nehmt einen Server. Am besten einen PvE-Server, weil PvP habe ich auch schon ausprobiert. Da habe ich relativ flott die Lust verloren. Das war dann eher nicht mehr so toll. Bleibt also bei einem PvE-Server. So, dann habt ihr hier auf der rechten Seite hier oben, könnt ihr erkennen, wie denn hier die Anzahl der Mitglieder ist. Wie viele Spieler sich hier auf diesem Server befinden, beziehungsweise auf diesem Abschnitt des Servers. Ab dann hier könnt ihr noch sehen, welche Latenzen ihr habt und so weiter und so fort. Ich würde mal sagen, hier PvE-Präfektur Shan Li, 26 Millisekunden. Das klingt für mich ganz gut. Ähm, was haben wir hier? Magistar, Magistratssiegel. Also hier, man muss dazu sagen, um dieses Spiel geht es eigentlich darum, äh, klar, deinen Charakter zu entwickeln. Dann hast du aber verschiedene, ähm, ja, Spezifikationen, die du dich entwickeln kannst. Also du kannst ein ganz normaler Krieger sein, der irgendwie hier durch die Gegend rusht und irgendwie alles platt macht, wo ihr gerade drauf Bock habt. Äh, ihr könnt aber auch euch irgendwie zu einem Herrscher aufschwingen und könnt ganze Armeen befehligen. Also das fängt an, dass ihr euch erstmal so ein, zwei Soldaten suchen könnt, die dann für euch kämpfen. Das habe ich auch schon ausprobiert, das ist echt interessant. Und, äh, ihr könnt dann nachher aber auch ganze Armeen befehligen und könnt die gegen andere Festungen schicken und, und, und. Also das ist eigentlich so das Spannende dabei. Es ist eigentlich ein MMORPG, ähm, hat aber dann noch viel, äh, Strategieanteil mit da drin. So, also wie gesagt, ich will gar nicht lange rumquatschen. Wir bleiben hier bei der Präfektur Shan Li. Dann machen wir hier den Schnellbeitritt. Und, und dann geht's auch gleich los. Ich glaube, ich muss mir jetzt noch einen Spawnpunkt aussuchen, wo ich erscheinen möchte auf der Karte. Genau. So, hier habe ich die Schwemmebene. Und ich kann tatsächlich, hier kann ich dann die Punkte aussuchen. Äh, grundsätzlich würde ich eigentlich immer empfehlen, in der Nähe, ja, sieht man jetzt hier natürlich schlecht, wo ein Hügel, wo ein Berg ist, weil ihr braucht natürlich auch Materialien, Steine zum Beispiel. Ähm, deswegen würde ich fast sagen, hier darf man nicht spawnen, da steht's ja, zentrales Lager verboten. Das ist mir zu weit nördlich, hier ist mir zu nah am Wald, Schwemmlandschaften 0,2, 0,1. Was machen wir? Ich glaube, wir bleiben hier. Genau. Schwemmebene 0,2 und treten dem Spiel bei. So, es wird für Anfänger empfohlen, Anfänger können zu Beginn eine bessere Erfahrung machen und sich schneller an das Spiel gewöhnen. Wirkung Spieler kann auf der Stelle wiederbelebt werden, im normalen Modus nicht verfügbar. So, jetzt, äh, habe ich hier zwei Auswahlmöglichkeiten, die ergeben beide gar keinen Sinn. Nach oben bewegen, empfohlene Ausbilder. Hä? Okay. Wir nehmen einfach mal empfohlene Ausbilder. So, dann habe ich hier noch eine Möglichkeit, ähm, einen Betriebsmodus, also einen Kampfmodus auszuwählen, eine Steuerung, ganz einfach. Und, äh, ja. Ihr seht selber, ihr könnt es euch aussuchen, also hier gibt es einfach mehrere Möglichkeiten, diesen MOE-Modus empfohlen, also da habt ihr verschiedene Möglichkeiten, von wo aus ihr angreifen könnt, das werdet ihr dann sehen. Ähm, wir nehmen den einfach mal, mit dem habe ich schon mal gekämpft und gespielt, das ist also ganz okay. Also ihr seht ja hier selber auch, ja, äh, Early Access. Ja, also hier, äh, da gibt es keinen Zeilenumbruch oder so, nee, da wird in allem durchgeschrieben. Gut, so, was haben wir hier? Drücke I, um das Inventar zu öffnen. So, ich mache das Inventar auf und was sehe ich erstmal hier? Ein Haufen bunter Icons und Plätze und Listen und bin erstmal völlig überfordert, ja, wenn ich das das erste Mal sehe. Ist aber eigentlich gar nicht so dramatisch. Das erklärt sich alles mit der Zeit, wo was zu tun ist. So, ich habe hier ein Fertigkeitenfenster, ja. Ähm, ich kann hier auswählen zwischen Stärke, zwischen Agilität, Agilität, dann habe ich hier noch den Körperbau, ich mache die einfach alle mal auf. Dann seht ihr ja die verschiedenen Bäume. Dann habe ich hier den Körperbau, dann habe ich hier die Weisheit und das Charisma. Charisma ist natürlich nachher wichtig, wenn ihr anfängt Truppen zu rekrutieren, das fällt euch dann wesentlich einfacher. So, dann habe ich quasi hier so eine Leiste, ja. Also das, was hier noch hell ist, das entwickelt sich nachher immer weiter nach rechts. Und je weiter ihr nach rechts kommt, desto eher sind, oder desto früher können dann die einzelnen Fähigkeiten erweitert werden. Das sind dann hier diese Punkte, die sind dann offen, die kann man anklicken. Und hier ist dann auch nochmal unterteilt. Unter Stärke gehört dann noch einhändig dazu, dann gehört noch Schildfirmen dazu, zweihändig, Stangenwaffen, schwere Rüstung. Das gleiche hast du hier unter Agilität. Da hast du zum Beispiel Werfenbogen, Armbrustreiten, leichte Rüstung. Und so ist das Ganze aufgeteilt. Und wenn da mal so ein Fenster aufblinkt, dann kann man da eigentlich auch schon irgendwas machen. Bin ich der Meinung? Hallo? Nee, kann man nicht. Unverbrauchte Expertise-Punkte diese Woche. Kann ich da was auswählen? Ach nee, okay. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, so ist dieser Talentbaum aufgebaut. Man kann nachher auch noch, indem ich hier, ich weiß gar nicht, wo war denn das hier mit den Expertisen-Punkten, glaube ich. Kann ich hier, nee, da, genau hier unten. Hier kann ich dann noch einen Multiplikator einfügen. Das heißt, wenn ich hier einen Multiplikator, einen Punkt reinsetze, dann habe ich hier zum Beispiel, sieht man ja, Skill Efficiency. Also da wird dieser Multiplikator angezeigt. Also jeden Punkt, den ich hier reinsetze, gibt auch einen Punkt hier auf dieser Skala. Ja, und wenn ich hier aber dann noch Punkte, diese Expertise-Punkte reinsetze, dann habe ich hier nachher die Möglichkeit, diesen Multiplikator zu steigern. Also dann quasi einen Punkt, den ich, einen Skill-Punkt, den ich hier reinsetzen würde, wird er nachher zwei Punkte auf dieser Skala geben. Jetzt mal so als ganz einfaches Rechenbeispiel. Klingt irre kompliziert. Fühlt sich am Anfang aber erstmal echt komisch an, aber es ist relativ selbsterklärend mit der Zeit. Ja, also es hat auch einen Moment gedauert, bis ich mich da reingefuchst habe. Ja, es ist wie in jedem Spiel, man muss sich da auch erstmal reindenken. So, das Gleiche gibt es hier auch noch für Herstelleranleitungen. Hier gibt es jede Menge Dinge, die ich bauen kann. Hier könnt ihr eigentlich auch schon mal komplett den ganzen Baum durchforsten, euch mal angucken, was man nachher alles herstellen kann. Also es geht los hier von Werkbänke und Werkzeuge. Ja, also ihr seht es ja selber, was man hier alles machen kann. Dann der ganze Hausbau-Trempel, den man sich hier noch anlachen kann, anlachen kann, den man hier noch lernen kann. Irgendwelche Strukturen, Dächer, Leitern, Fundamente hast du nicht gesehen. Also ohne Ende. Waffen, natürlich mega interessant. Was kann ich an Waffen herstellen? Und zwar nicht nur an Waffen, sondern auch Verbesserungen, Polituren und Hasse nicht gesehen. So, das Gleiche gibt es natürlich auch noch für Rüstungen. Dann haben wir noch Tame and Recruit. Also hier ist dann zum Beispiel auch der Skillbaum drin versteckt für, wenn ihr Pferde zähmen wollt, Reitiere. Das könnt ihr tatsächlich machen, funktioniert auch ganz gut. Oder aber Armeen anwerben wollt. Genau, jetzt hat gerade das Wort nicht eingefallen. So, dann haben wir hier noch Food and Medicine. Ja, also Mampf und Heilung. Dann haben wir hier noch Card and Cage. Also hier kannst du auch noch irgendwelche Wegen, Karren, irgendwas herstellen. Käfige, Köder, keine Ahnung. Soweit bin ich noch gar nicht gekommen. Und hier der ganze Deko-Nippes ist natürlich erstmal nicht so viel, aber kann man glaube ich im Laufe des Spiels auch noch weiter freischalten. So, eine Gilde kann ich gründen oder beitreten. Quests kann ich annehmen. Questblock habe ich hier. Das ist auch so, muss man auch wissen, wie man damit umzugehen hat. Ist manchmal gar nicht so ersichtlich. So, Untergebene. Hier habe ich dann tatsächlich nachher eine Übersicht. Wie viele Soldaten ich habe, wie viele Arbeiter ich habe. Ja, das ist hier auch ganz nett aufgezeigt. Das ist natürlich noch nichts. Pferde genauso. Reittiere. Dann habe ich hier noch Arts. Da bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht so dahinter gestiegen, was ich genau hier machen kann. Errungenschaften sind die ganz normalen hier. Die, ja, Errungenschaften halt. Achievements, Erfolge und so weiter. Events. Es gibt Server-Events, wo die Präfekturen zum Beispiel gegeneinander kämpfen. Oder irgendwelche Events werden einfach ausgelöst, an denen ihr teilnehmen könnt. So, hier seht ihr zum Beispiel hier unten auch wieder ohne Zahlenumbruch, ohne alles. Hier irgendwelche Schriftzeichen, die ich lesen kann. Gilde benutzt 488.000 Kupfermünzen, bla 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 und so weiter und so fort. Ihr könnt ja sehen, was hier steht. Ja, so. Keine Ahnung, was, wie, ich weiß es nicht. So weit bin ich noch nicht gekommen. So, Adel. Das ist vielleicht auch nochmal interessant. Hier kann man tatsächlich aufsteigen. Wobei, hier sieht es eher aus wie ein Abstieg. Äh, weil ich auch nicht so ganz weiß, wie hier der Baum zu lesen ist. Aber auch das wird man mit der Zeit noch rausfinden. So, hier gibt es wohl irgendwelche Ruhmpunkte. Und, äh, ich kann wohl aufsteigen vom erhabenen Diener zum, weiß ich nicht, Marquis? Bezirksherzog? Keine Ahnung. Ja, ich kann aber auch von einem Bürger aufsteigen zu einem Marquis. Also, ihr seht selber, ja, wahrscheinlich ziemlich geile Sache, aber so wirklich durchsteigen tut man noch nicht. Territorium bekommt ihr nochmal eine Übersicht über die Karte, wo ihr euch gerade befindet. Das ist immer ganz interessant, um zu sehen, welche Gilden hier gerade aktiv sind, welche Stufen die haben und, und, und. Ihr seht, die Gilden hier, die sind schon relativ, naja, hoch, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Keine Ahnung. So, und Protokoll, da habt ihr dann einfach einen Verlauf ganz normal drin. Events ist, äh, auch nochmal, wenn du in der Gilde drin bist, hier steht es ja auch gerade, dass du Nachrichten lesen kannst und verfassen kannst. Dann einen Postkorb hast du, eine Rangliste hast du, wenn du PvP machst, das war's. Ja, ist echt ein ganzer Arschvoll an Informationen, mit denen man erstmal klarkommen muss. Ich will aber trotzdem erstmal mit euch das Ganze hier, ähm, ja, wenigstens mal noch 10 Minuten spielen. So, das ist also mein, mein Knubbel hier, mein, mein Bärdische, ja. So, wenn ich auf L drücke, ihr seht's ja hier rechts oben, da geht dann ein Questlog auf und dann seh ich auch einfach die Hauptquest. Steht auch immer ganz, äh, steht auch immer dabei, ist das auch immer ganz nett beschrieben. Ist manchmal nicht so ganz ersichtlich, was man machen soll, ähm, da muss man sich halt auch reinfuchsen und ausprobieren. Gut, äh, die erste Quest besteht, sammel Gras. Ja, ihr seht's ja rechts oben, Gras sammeln. So, und wenn ihr hier lang lauft, dann seht ihr zum Beispiel immer hier so einen Punkt und sobald der hier auf dem Boden erscheint, kann ich irgendwas sammeln und dann drück ich E und dann seht ihr rechts, äh, ich hab Erbsen eingesammelt und dafür bekommt ihr auch Erfahrungspunkte. So, dann habt ihr hier auch noch die Büsche, ja, und auch hier sammle ich dann Gras. So, jetzt musste ich gerade mal ein bisschen lauter machen, weil ich hatte den Ton für mich leiser gestellt, ich denke, ihr habt den, äh, ganz gut hören können. So, und hier kann ich wie doof Dinge einsammeln. Also immer, wenn so ein weißer Punkt in der Mitte erscheint, jetzt hab ich zum Beispiel Heuschrecken eingesammelt, das ist so das erste Food, was ihr nachher auf den Grill schmeißen könnt, aufs Lagerfeuer und, ähm, ja, dann seht ihr hier auch noch das Skittier, was hier rumkriecht und hüpft und macht und tut, äh, ihr braucht keine Panik haben, ja, so ein Kaninchen tut euch nix, so ein Reh tut euch auch nix, Wildschweine tun euch auch nix, äh, Füchse tun euch nix, also ihr könnt euch den ruhig nähern. Und ihr seht selber, ihr habt ja hier diese, diese Zahlen über den Viechern, das, oder über den Viechern, über den Tieren, ähm, da seht ihr ja so eine, ähm, ja, das ist einfach so, so, die, die Range, wenn ihr, wenn die Gefahr wittern oder so und ihr kommt da rein und dann füllt sich dieser Balken so langsam, ihr seht's ja selber vor mir, tack, und da haut er ab, ja. So, bei dem genauso, der ist jetzt auch groß, der hat mich gesehen und haut ab. Das hat das Ganze eigentlich zu bedeuten. So, Levelaufstieg, ich hab Gras gesammelt. Ich hab eigentlich Gras gesammelt. Genau, okay, ich hatte grad einen Levelaufstieg, ihr habt's gesehen und, äh, sobald der erfolgt ist und ich irgendwas ausbilden kann, ähm, seht ihr oben unter Herstellungsanleitung, also, dann leuchten irgendwelche roten Punkte auf. Also, sobald ihr hier oben irgendwas machen könnt, leuchtet ein roter Punkt in der Übersicht auf. Und auch ziemlich so, dass ihr auch gleich wisst, aha, da gibt's was. So, äh, hier kann ich ein Werkzeug lernen, was lerne ich hier? Ein Lagerfeuer. So, bestätigen. Dankeschön. Dann hab ich hier noch Waffen. Was hab ich hier? Steinwurf. Bestätigen. Dankeschön. Das heißt, ich kann jetzt Kieselsteine einsammeln und kann sie nach irgendwelchen Leuten, Tieren oder sonst was schmeißen. So, grobe Schutzausrüstung aus Holz. Dankeschön. Können wir herstellen. Ich muss nur noch das Zeug sammeln. So. Aber eigentlich hab ich genug Gras gesammelt. Das ist halt auch so was. Es steht nicht dabei, wie viel Gras man sammeln soll. Jetzt ist es wohl genug. Denn jetzt habt ihr rechts oben Drücke X und die Belohnung abzogen. Und wenn das da steht, dann ist die Quest auch beendet. Dann drücke ich X und jetzt kann ich Strohseile herstellen. So, ich soll Steuern eintraben. Wie soll ich das denn machen? So, die nächste Quest ist, wähle eine Fertigkeit aus, die du als, achso, nee, tatsächlich nicht. Gras sammeln haben wir abgeschlossen. Dann seht ihr, ist auch so ein Haken drin. Wähle eine Fertigkeit aus, die du als Expertise möchtest. Wähle eine Fertigkeitskunde aus. Äh, Fertigkeit auswählen. Achso, ja, hier Expertisenpunkte. Genau. Was möchte ich denn haben? Ich bin mir ehrlich gesagt noch gar nicht sicher, weil da bin ich irgendwie auch noch so ziemlich lost bei der ganzen Sache. Ähm, ich glaub grundsätzlich ist es mal nicht schlecht, wenn man gut im Bergbau ist. Ich weiß es nicht. Ey, lasst uns mal bei einhändig bleiben. Ja, nachher Schwertkämpf, einhändig, alles schickt. Dann setzen wir hier Expertisepunkte rein. So, und jetzt hab ich hier einen Punkt reingesetzt. Und da seht ihr schon, der Multiplikator hat sich erhöht auf 1,43. Ja? So, jetzt hab ich noch einen Expertisepunkt, den kann ich da auch noch reinsetzen. Und je höher dieser Multiplikator ist, desto schneller skillen wir auch in diese Richtung. So, die Quest hab ich abgeschlossen. Äh, wahrscheinlich muss ich auch erstmal das Fenster wieder zumachen. Genau, wähle eine Expertise aus. Also Fertigkeit für die Expertise. Jetzt will ich auf X und zack, bumm, nächste hergestellt. Also am Anfang gehen die Quests noch relativ flott und die Belohnungen gehen auch relativ flott. Das wird halt nach und nach zäher. So, die nächste Quest war, glaub ich, Moment, ich muss auch noch gucken, ein Strohseil herstellen. Gut. Äh, das macht ihr über das Inventar, also über I. Dann könnt ihr hier draufklicken, dann ist das rot umrandet. Und wenn ihr jetzt mit rechts draufklickt, könnt ihr ein einzelnes herstellen. Ihr könnt aber auch mehrere herstellen. Und dann rödelt der einfach durch. Und ich kann quasi aus dem Menü wieder rausgehen und kann den einfach rödeln lassen. Ich muss dabei nicht zugucken. Und der stellt mir trotzdem Seile her. Seile, am Anfang, ganz wichtig, die braucht ihr für alles. Ja, also egal, was ihr herstellen wollt, ihr braucht Seile dafür. Also, tut es. Kann ich euch nur empfehlen. Gut. Strohseile haben wir hergestellt. Das ist ihm wahrscheinlich aber immer noch zu wenig, weil er da immer noch, äh, weil die Quest immer noch offen ist. So, hier gibt es aber auch noch mehr Dinge, die er herstellen kann. So, ich würde mal mit euch hier Richtung, äh, diesen Berg da gehen. Natürlich auch nicht zu weit, weil da hinten, äh, weiß ich, da sind auch, äh, Erzvorkommen, wo man nachher auch Metall herstellen kann, beziehungsweise schmelzen kann. So, jetzt haben wir aber erstmal hier Stöcke, die man einsammeln kann. Auch mal ganz wichtig, Stöcke, Steine. Nehmt das Zeug mit. Ihr braucht es auch einfach für alles. Ihr wollt Äxte herstellen, ihr wollt Rüstungen herstellen und dafür braucht ihr Stöcke, Steine, Seile. Ja. So. Müssen wir mal gucken, was wir noch herstellen können. Machen wir das Inventar nochmal auf. Ich kann jetzt zum Beispiel eine Steinaxt herstellen. Machen wir auch. Damit können wir nämlich Bäume fällen. Oh, das dauert einen kleinen Moment. Jetzt hört man gerade, da kommt was angelaufen. Wahrscheinlich ist es ein Hirsch oder ein Reh oder irgendwas in der Richtung. Aber ihr braucht da keine Angst haben, die tun euch nichts. So, jetzt habe ich die angelegt. Und dann kann ich mir die hier unten in meine Schnellleiste ziehen. Man hat es auch schon ausgerüstet. Also es sieht ein bisschen martialisch aus. Ja, aber okay. Und auch hier sammeln wir weiter Steine ein. Und Holz. Was man hier auch noch erwähnen muss, wenn man anfängt, sich eine Basis zu bauen oder einen Unterschlupf oder was auch immer, die zerfallen mit der Zeit. Ja, also ihr seid hier schon irgendwie darauf angewiesen, regelmäßig mal reinzuschauen und eure Basen wieder herzustellen. Es sei denn, ihr baut Banner, die man hinstellen kann. Dann ist dieser Zerfall erstmal aufgehoben. Aber trotzdem kann eure Base in der Zwischenzeit von feindlichen Gegnern zerstört werden. Also ich weiß noch nicht so wirklich, wie ich das finden soll. Es macht es natürlich ein bisschen realistischer, will ich nicht sagen. Sondern es passiert halt auch noch was, während ihr ausgelockt seid. Und euch kann halt auch was passieren. Das darf man nicht vergessen. Ihr werdet dann natürlich nicht sterben oder seid gelöscht oder sonst was. Aber ihr verliert einfach alles. Also wenn ihr in der Base seid und die wird zerstört, dann sucht ihr euch nachher wieder einen Spawnpunkt, wo ihr auftauchen wollt. Und ihr fangt wieder von vorne an. Nicht was das angeht, wenn ihr irgendwelche Dinge gelernt habt. Nee, nee, das müsst ihr dann nicht wieder neu machen. Also alle Punkte, die ihr irgendwo eingesetzt habt in Expertisen oder Fertigkeiten, die bleiben euch bestehen. Aber eure ganze Ausrüstung ist futsch. Und das kann durchaus schon sehr ärgerlich sein. Ich spreche da aus leidvoller Erfahrung. Ich wusste es nämlich auch nicht. Und dann stand ich auch einfach mal nackig wieder in der Gegend und wusste gar nicht wieso. Gut, Steinhammer stellen wir uns noch her. Dauert auch wieder einen kleinen Moment. Hier habe ich zum Beispiel wieder eine Herstellungsanleitung. Ich kann wieder was herstellen. Ihr seht es ja selber. Rote Punkt wird hier oben angezeigt. Also habe ich es hier auch. Einfache Hochburg. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Einfache Hochburg. Also ich sage euch, diese Lokalisierung, die ist echt brutal schlecht. Seltene Stangenwaffen kann ich herstellen. Ganz gut zum Jagen. Steinarmbrust ist eigentlich der Bogen. Schild ist ein Schild. Das passt. Gut. Und wenn ich jetzt hier reingucke, da seht ihr es selber. Also die Hochburgen waren quasi der Schlafsack und eine Holztruhe. Ja. Gut. Machen wir weiter. Wie sieht es auf der Uhr aus? Kann einen kleinen Moment länger dauern, die Folge. Weil wir wollen ja nochmal eben ein Bettchen bauen. Beziehungsweise uns erstmal einen Platz suchen, wo wir Lagerfeuer aufschlagen können. Wir können natürlich auch hier bleiben. Allerdings ist hier relativ wenig. Es geht eigentlich Holz, hätte ich beinahe gesagt. Ist aber eigentlich genug da. Aber komm, wir schwimmen gerade ans andere Ufer rüber. Und lassen uns dort dann erstmal nieder. So, ihr seht selber oben auch. Ihr habt die Balken, die ihr habt. Das obere ist eure Energie, der rote Balken. Da drunter der ist, wenn ihr am Sprinten seid. Das ist quasi eure Sprintenergie, die ihr habt. Und da drunter ist einfach euer Hungerbalken, hätte ich beinahe gesagt. Also wenn ihr Nahrungsmittel braucht, da seid ihr dann richtig. Und da müsst ihr halt auch drauf achten, dass das immer voll bleibt. Ich glaube, Durst ist hier gar nicht so wirklich das Problem. Schlichtweg, weil es das gar nicht gibt. So, dann sammeln wir hier nochmal Stöckchen. Steinchen. Schauen wir nochmal kurz, was wir herstellen können. Wir würden gerne einen Schlafsack herstellen. Den brauchen wir nämlich nachher, um das zu respawnen können. Vorausgesetzt, der wird in der Zwischenzeit nicht zerstört. So, Rinde bekommt man von Bäumen. Und Bäume sind bekanntlich da, wo es wirklich grün ist. Hauen wir mal denn mal so einen komischen Baum hier. Also die E-Taste müsst ihr tatsächlich auch immer hämmern. Ja, da könnt ihr nicht einfach gedrückt halten. Finde ich ein bisschen doof. Guck mal, da vorne haben wir doch einen Baum. Mal die Axt nehmen. So, und dann hauen wir einfach mal den Baum hier um. Ja, also hier auch. Taste hämmern, gedrückt halten, ist leider nicht. So, und wenn ich jetzt mal die Taste gedrückt halte, dann zeigt der mir eine Richtung an, von der aus ich zuschlagen will. Wenn ich dann die Maus bewege, also die Taste gedrückt halte, die linke Maustaste, und bewegt dann einfach, dann seht ihr, könnt ihr euch quasi die Seite aussuchen, von wo ihr zuschlagen wollt. Ja? So. Okay, jetzt ist er schon fertig. Jetzt hat er automatisch schon Rinde und Hartholz hinzugefügt. Und ja, also ich kann jetzt hier auf dem Ast nicht mehr drauf rumhämmern auf dem Baumstamm, sondern das landet automatisch dann in eurem Inventar, das Holz, was ihr da drin habt. Ihr seht's ja selber, wenn ihr da mal rechts auf die Seite schaut, dann seht ihr, was ihr alles hinzufügt. Rinde, Zweige. Ja. Immer schön drauf rumhämmern auf die Tasten. Finde ich ein bisschen doof, also das hätte man auch anders lösen können. Und zack, schon der nächste Levelaufstieg. Also ihr seht, wie rasend schnell das geht. Das wird natürlich mit weiterem Fortschritt des Spiels, wird's natürlich schwieriger und auch wirklich langwieriger. Aber ja, was erzähl ich euch? So ist das. So, jetzt bauen wir erstmal einen Schlafsack. Da müssen wir mal gucken, was wir hier noch brauchen. Da brauchen wir noch Strohseile für und Schutt für das Lagerfeuer. Schutt sind die Steine, die hier so rumliegen. Da könnt ihr die einsammeln. Schutt bekommt ihr aber auch, wenn ihr mit eurem Hammer kleine Felsen abschlagt. Da ist das Zeug meistens auch mit drin. So, dann geht's hier weiter. Wir machen mal ein paar mehr Seile. Und dann gehen wir mal ein bisschen Schutt sammeln. Da habe ich zum Beispiel schon wieder Schutt eingesammelt. Ihr könnt es auf der rechten Seite sehen. Einfach nur, weil ich hier die kleinen Steinchen eingesammelt habe. Kann aber auch hier mit meinem Hammer Ist das mein Hammer? Ja, das war mein Hammer. Das war gerade so komisch. So. So, und jetzt habe ich auch auf der rechten Seite Strohseil herstellen. Wenn die Questes auch beendet. Steht halt leider nie dabei, wie viel ich davon herstellen soll. So, Collect Stone and Wood. Das habe ich auch schon getan. Das zählt er dann auch schon mit. Also wenn ihr quasi eurem Quest-Vorschritt einen Schritt voraus seid, zählt er das nachher mit und ihr müsst nicht wieder komplett von vorne anfangen. Also kann ich hier auch gleich die nächsten Belohnungen abholen. Genauso wie das Herstellen von der Steinaxt. Ihr seht es da selber auf der rechten Seite. Lest es euch kurz durch. Wenn ihr das getan habt, hole ich mir das auch ab. So, und jetzt muss ich nur noch Schutt sammeln. Aber auch da steht wieder nicht dabei, wie viel eigentlich. So, jetzt weiß ich aber. Genug Punkte gemacht. Jetzt kann ich wieder Dinge herstellen. Ähm, Holzfundamente kann ich jetzt herstellen. Das kann ich herstellen. Das kann ich herstellen. Und das kann ich herstellen. Ja, also ich kann mir jetzt quasi schon ein kleines Gebäude bauen. Und hier ist ganz wichtig, Gebiets-Sandkasten. Es ist echt geil. Das ist eigentlich nur das Banner. Ja. Also wenn ihr mal einen Gebiets-Sandkasten herstellen wollt, hier wisst ihr wie. Gut. Hier kann ich eine grobe Packung herstellen. Also wer immer mal eine grobe Packung braucht, hier könnt ihr euch eine abholen. Gut. Äh, wo sind wir denn hier? Dazu brauchen wir primitive Tierhaut. Und primitive Tierhaut bekommen wir... Äh... Eigentlich gar nicht. Nicht so ohne weiteres. So, ich würde mir mal eben den Bogen herstellen. Und dann die Pfeile, dass wir zumindest mal jagen gehen können, weil sonst gibt's halt tatsächlich nichts mit Tierhauten, ne? Das mach ich mit euch noch. Äh, im Bett haben wir gebaut. Beziehungsweise ist schon im Inventar drin. Ich muss es nachher nur noch hinstellen. Dann bauen wir noch eine Kiste, dass wir das Gerümpel ein bisschen unterbringen können. Und dann sehen wir zu, dass wir ein Lagerfeuer noch hingestellt bekommen. Jetzt noch hier ein paar Pfeile machen. Dass wir jagen gehen können, dass wir eine Tierhaut bekommen. und dass ich den Banner aufstellen kann. Oder beziehungsweise das Banner aufstellen kann. Und, ähm... Dann bin ich erstmal safe, was das angeht. So, guckt mal an. Also hier geht auch grad die Sonne auf. Also ich muss sagen, so von der Grafik her oder von der Landschaft her ist das schon nett gemacht, ja? Also, klar ist jetzt nichts Besonderes, was ihr so auch noch nie gesehen habt. Aber ist nett anzuschauen. Gut, in der Zwischenzeit, während der da noch am Rödeln ist, mit seinen Pfeilen, schauen wir mal, dass wir hier noch ein paar Stöcke sammeln. Ein bisschen Zeug zusammenraffen. Vielleicht können wir uns ja hier auch so ein bisschen verschanzen in der Ecke. Dann können wir nämlich schon mal, ähm... den Schlafsack hinlegen. Den zieht man sich dann auch einfach in die Schnellleiste. Dann drückst du die Taste und dann kannst du, äh... blöd gucken, weil du es nicht gemacht hast. Aber irgendwie konnte man es auch noch rotieren, ne? Ach so, rechts ist es angezeigt. Halten, blocken, tut, 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 tut. Da kann ich es erst anklicken. Ja, genau. Erst anklicken und dann kann man es noch rotieren. So. Einfach mal hier hingelegt. Und ihr seht es ja, wenn ihr hier drauf guckt, ähm... ihr habt halt eine... der Falz... Also ihr seht ja hier, äh, rate natürlicher Einsturz. Also 4% pro Stunde. Der geht jetzt erstmal hoch auf seine... bis er diese... das ist gerade die Zahl, die ihr da seht, die Skala, die da hochläuft. Bis auf den Wert, der da hinter dem Strickstrich steht. Und, äh... dann läuft der langsam runter. Ja? Und jede Stunde 4%. Das heißt, 10 Stunden weg, 40% weniger Haltbarkeit. Seit dem ganzen Tag weg ist das Ding matsch und ihr fangt wieder von vorne an. So. Und das kann ich aber mit diesem, äh... Sandkasten... Nee. Mit dem Gebietsbanner kann ich das, ähm... ausschalten. So. Jetzt habe ich noch ein bisschen Materialien zusammengesammelt, so dass wir eigentlich auch das Lagerfeuer mal bauen können. Äh... Das ziehen wir uns gerade mal hier rein. Dann, äh... Wo ist es denn jetzt? Ich habe es doch gerade hier hingestellt, äh... hergestellt. Okay. Wo ist es hin? Äh? Ich hatte es doch gerade hier reingezogen, ihr habt. Komisch. Da ist es doch. Genau. Ähm... Ja, sorry. Gerade kurz verwirrt gewesen. Dann... stellen wir das Ganze doch einfach mal direkt hier hin. Ups. Dann gibt es auch schon die nächste Belohnung, die ich mir abholen kann. Und jetzt kann ich Heuschrecken rösten. Und zwar gehe ich dann hier drauf. Und... dann kann ich hier... Was machen wir denn mal rein? Das Hartholz. Kann ich hier reinstecken. Und dann kann ich hier Heuschrecken reinpacken. Und um geröstete Heuschrecken herzustellen, brauchen wir eigentlich nur Heuschrecken. So. Und dann gehe ich auf Auslösen. und dann stellt er mir hier eigentlich die Heuschrecken her. Wollte er tun. Was fehlt noch? Glaub ich, die Decke fehlen noch, ne? Ach nee, ich muss die ja hier reinpacken. Hä? Nee, da. Ach, da. Hm, ja. Nee, das wieder raus. Äh, nee, ich wollte das, glaube ich, teilen. Genau, 25 kommen da rein. Die kommen wieder bei mir in, in Zeggel. Äh, und da machen wir einfach mal alle, die wir herstellen können. Genau, da haben wir sechs Stück. So sieht das mit dem Feuerchen dann auch aus. Da haben wir auch schon ein Pferd. Aber das Pferd wollen wir ja jetzt nicht. Wir wollten ja jagen gehen. Und ich hatte mir ja hier den Bogen hergestellt. Und, äh, ihr habt's gerade gesehen. Man muss dann halt die Pfeile auf den Bogen-Slot legen. Und dann ist das Ding auch geladen. So, wenn ich den jetzt auswähle. Dann zielen Feuer. Abflug. Ja, genau so funktioniert das. Und jetzt suchen wir uns nochmal irgendwas, was wir hier jagen können. Pferden wollen wir jetzt nicht unbedingt jagen, weil, äh, muss nicht sein. Die können ja nichts dafür. Ähm, aber hier waren, glaube ich, auch Füchse. Also, was ich auf gar keinen Fall machen würde, ist Wildschweine angreifen. Da seid ihr echt angeschmiert. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Hirsche und Rehe sind immer ganz gut. Weil, äh, wenn ihr das mit dem Wildschwein macht, die kommen nämlich zurück. Und die zerpflücken euch ganz anständig. Das, äh, ja. Das macht nicht so viel Spaß. So, aber jetzt haben wir da hinten, haben wir doch, glaube ich, schon einen Hirsch. Komm mal her. Die laufen dann auch erstmal rum, wie von der Tarantel gestochen. Aber das ist relativ easy, die zu jagen. So, einmal getroffen. Daneben. Ihr seht's, da macht's einem richtig einfach. Also, ihr könnt ihr auch am Kopf treffen. Und wenn ihr tatsächlich einen Kopfschuss hinkriegt, macht das, glaube ich, mehr Schaden sogar. Bin ich der Meinung, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. So, da haben wir den ersten erlegt. So, und dann einfach mit der Axt drauf. Nachher gibt's, glaube ich, auch noch ein Fleischer-Messer. Äh, das macht's dann ein bisschen einfacher. Und ihr seht ja selber am rechten Rand, was man da so alles eingesammelt hat. Und da können wir uns, glaube ich, nämlich auch gleich schon hier den, äh, Gebiet Sandkasten. Ich finde die Übersetzung einfach mega. Also, das Banner können wir uns bauen. Und dann sind wir, was das angeht, auch erstmal safe. Und dann würde ich dann hier auch erstmal einen Cut machen wollen. Sonst, äh, ja, wird das eine ewig lange Folge. Weil ihr seht's ja selber. Hier die Zeit rast. Vor allem, wenn man das erste Mal startet und so ein bisschen am Durchgucken ist und ein bisschen am Forschen ist, was man eigentlich so für Möglichkeiten hat. Ähm, ratz, ratz, ist eine Stunde vorbei und du hast's noch nicht mal mitbekommen. Gut. So, dann gucken wir nochmal hier rein. Hier haben wir auch schon welche fertig. Die können wir uns dann hier reinlegen. Dann legen wir uns hier unten auf den Slot. Und dann fahren wir uns einfach mal eine rein. Und ihr seht ja selber, ihr habt ja dann oben unter der Energieanzeige habt ihr richtig die Buffs angezeigt. Und, äh, ja. Ihr seht's selber. Ich glaube, ich muss da nicht viel erklären zu. Jetzt brauchen wir aber noch ein bisschen Gras. Ein bisschen Gras. Ähm. Gehen wir mal hier vorne hin. Ich möchte das eigentlich gern so in den Büschen so ein bisschen geschützt halten, sodass man von außen nicht unbedingt einsehbar ist. fürs Erste. So. Dann wollen wir hier noch ein bisschen Gras einsammeln. Diese ganzen Büsche und Bäume, die hier sind, übrigens, die wachsen auch alle wieder nach. Das heißt, wenn ihr die abholzt oder so, ihr braucht keine Angst haben, dass ihr dann nachher immer weiter weg müsst, um Ressourcen zu suchen und zu bekommen, ähm, kommt alles wieder zurück. Selbst die Steinvorkommen und Erzvorkommen tauchen immer wieder auf. Nicht immer an der gleichen Stelle, aber immer im näheren Umkreis. Es sei denn, sie haben es rausgepatcht. Ich weiß es nicht. Gut. Dann stellen wir noch mal ein paar, äh, Strohseile her. Ruhig noch mal sechs Stück. Hier kann man sich übrigens von den Betten, äh, wenn du dir woanders noch eins hingebaut hast, kannst du dich immer hin und her teleportieren. Habe ich noch nie ausprobiert, aber ich glaube, so ist das gemeint. Kann ich mir gut vorstellen. So, ihr seht es ja selber auch schon. Äh, hier hat der Zerfall schon begonnen. Ihr habt es ja am Anfang gesehen, wie das Ganze hochgespult ist, bis auf diese 1520,4. Und jetzt ist es schon wieder am Abbauen. So. Dann schauen wir doch mal eben, dass wir diesen Banner herstellen können. Das Banner. Was haben wir denn hier? Fleisch haben wir hier. Saatgut. Knöderich. Flax. Also ihr seht, es gibt so viel Zeug, was man hier herstellen kann, was man entdecken kann. Also das hat, das hat richtig Umfang, das Spiel. Stellen wir uns das Banner mal hier hin. Und somit ist die Zerfallsrate gestoppt. Ihr seht selber, das war vorher rot gewesen, der Schlafsack. Jetzt ist hier gar nichts mehr. Ja, so. Und wenn ich jetzt, äh, nee, das wollte ich nicht. Genau. Wenn ich jetzt hier auf E drücke, wo hier Teleport steht, einen Hals gedrückt, dann kann ich das Ding, glaube ich, auch reparieren. Genau. Und dann ist der wieder fully full. Genauso mit dem Lagerfeuer kann ich das Ganze auch machen. Habt ihr dann hier dieses Kreismenü. Habt ihr Inventar. Da kann man es zerstören. Hier kannst du irgendwie noch was benutzen. Ja, genau. Und hier reparieren. Zack, bumm. Repariert. Und fertig ist der Lack. Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, dabei belassen wir es erstmal für heute. Wenn ihr Lust habt, mehr von Myth of Empires zu sehen, oder wie ich es jetzt in Zukunft nur noch nennen werde, Moe, ja, weil sonst immer dieses TH, das kommt auch manchmal echt blöd rüber. Wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann zeige ich euch auch noch gern weitere Dinge und mache mehrere Folgen davon. Wenn ihr sagt, ach nee, lass mal, mach mal lieber was anderes, könnt ihr mir auch gerne das mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen möchtet. Ja, also ich bin da relativ flexibel. Ich reagiere da auch gerne auf euch und, äh, ja, entscheide dann, was man auch umsetzen kann. Ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken, wünsche euch noch einen schönen Tag und, äh, ja, sage tschö, bitte öö. Und, äh, ja,